Ho, 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 Follower! Eine Leaksmesse ist fast vorbei. Das war der Wahnsinn. Wieso habe ich eine Leaksmesse gefunden? Er hat gesagt, er hat eine Leaksmesse gefunden. Ein Teil Genie. Ein Teil Wahnsinn. Ein Teil Inspiration. Ich habe die Rot-Nase als Flugzygane gemacht. Er hat zugeguckt. Ich habe meine Magie wirken lassen. Was hat er gesagt? Jedes Jahr an Weihnachten dreht er durch. Was eigentlich mit Swiss LX uns erfunden wird. Ab Januar bist du wieder im Büro. Du hast das?